Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Jean-Jacques Rousseau Wo keine Wirkung ist, braucht man keine Ursache zu suchen. Das Christentum predigt nur Knechtschaft und Unterwerfung. Sein Geist ist der Tyrannei nur zu günstig, als dass sie nicht immer Gewinn daraus geschlagen hätte. Die wahren Christen sind zu Sklaven geschaffen. Der Mensch wird freigeboren, und überall ist er in Banden. Mancher hält sich für den Herrn seiner Mitmenschen und ist trotzdem mehr Sklave als sie. Rücken die Meinungen des Volkes zurecht, und seine Sitten werden sich von selbst bessern. Wer zu sagen wagt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, muss aus dem Staat verjagt werden. Alle Bosheit kommt von der Schwachheit. Alle Reichen stellen das Gold über die Verdienste. Bevor man beobachtet, muss man sich Regeln für seine Beobachtungen machen. Das Gewissen ist die Stimme der Seele. Die Leidenschaften sind die Stimme des Körpers. Das Vertrauen erhebt die Seele. Das wird eine knechtische Seele werden, bei der man nur mit Strenge etwas erreicht. Der höchste Genuss besteht in der Zufriedenheit mit sich selbst. Der Leib hat so wie der Geist seine Bedürfnisse. Der Zustrom von Gästen zerstört die Gastfreundschaft. Eine einzige offenkundige Lüge des Lehrers gegen seinen Zögling kann den ganzen Ertrag der Erziehung zunichte machen. Es gibt kein Glück ohne Mut, noch Tugend ohne Kampf. Glücklich ist das Land, wo man es nicht nötig hat, den Frieden in einer Wüste zu suchen. Wo aber ist dieses Land? Ich bin durch meine Laster Sklave und frei durch meine Gewissensbisse. In der natürlichen Ordnung, in der die Menschen alle gleich sind, ist ihr gemeinsamer Beruf, zuerst und vor allem Mensch zu sein. Bevor die Eltern ihn für einen Beruf bestimmen, beruft die Natur ihn zum menschlichen Leben. Keine Unterwerfung ist so vollkommen wie die, die den Anschein der Freiheit wahrt. Damit lässt sich selbst der Wille gefangen nehmen. Man veredelt die Pflanzen durch die Zucht und die Menschen durch Erziehung. Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten Jahre zählt, sondern derjenige, welcher sein Leben am meisten empfunden hat. Wenn man ein Kenner ist, darf man keine Sammlung anlegen. Wer nicht ein wenig Leid zu ertragen weiß, muss damit rechnen, viel zu leiden. Die gewöhnliche Kunst der Sophisten besteht darin, eine Menge Argumente anzuhäufen, um deren Schwäche zu verbergen. Die Vergröberung macht Gegenstände nicht hassenswert, sondern nur lächerlich. Bei allen Tugenden, bei allen Pflichten sucht man nur den Schein, ich suche die Wirklichkeit. Bei unserer Geburt treten wir auf den Kampfplatz und verlassen ihn bei unserem Tode. Das Glück hat kein Aushängeschild, um es gewahr zu werden, müsste man im Herzen des Glücklichen lesen können, aber die Zufriedenheit leuchtet aus den Augen, aus der Haltung, dem Ton der Stimme, dem Gang und scheint sich dem, der sie bemerkt, mitzuteilen. Der ehrliche Mann aus dem einen Hause gilt als Schelm im Nachbarhause. Die Familie ist die älteste aller Gemeinschaften und die einzige natürliche. Die ersten Tränen der Kinder sind Bitten. Wenn man nicht darauf Acht gibt, so werden sie bald Befehle. Die Stärke ist die Grundlage aller Tugend. Die Unwissenheit schadet weder der Rätlichkeit noch den Sitten, sie fördert sie oft sogar. Ein schwacher Körper schwächt die Seele. Elend und Schimpf verändern die Herzen. Es gibt eine gewisse Eintracht der Seelen, die sich sogleich beim ersten Anblick bemerkbar macht. Es ist viel wertvoller, stets den Respekt der Menschen als gelegentlich ihre Bewunderung zu haben. Ich möchte keinen Palast als Wohnung haben, denn in diesem Palast würde ich nur ein Zimmer bewohnen. In was für einem Jahrhundert es auch sein mag, die natürlichen Verhältnisse ändern sich nicht. Mit der übermäßigen Verweichlichung der Frauen fängt auch die der Männer an. Nichts ist für aufrichtige Liebhaber gefährlicher als die Welt der Vorurteile. Sage mir, Kind, hat denn die Seele ein Geschlecht? Solange der Ackerbau geehrt wurde, gab es weder Elend noch Müßiggang, und es gab weit weniger Laster. Überall wird die Trunkenheit am meisten von Leuten verabscheut, die am meisten Grund haben, sich vor ihr in Acht zu nehmen. Vergiften die Bösen nicht ihr und unser Leben? Wahnsinn schafft kein Recht. Warte, junger Mensch, prüfe, beobachte. Warum sollte man einem Liebhaber treuer sein als einem Ehemann? Was nützen uns die Künste ohne den Luxus, welcher sie nährt? Wehe jedem, der eine Sittenlehre predigt, die er nicht ausüben will. Welche Strafe mir auch auferlegt wird, wird sie doch minder grausam sein als die Erinnerung an mein Verbrechen. Wenn ein jeder sich selbst genug wäre, brauchte er nur das Land zu kennen, das ihn ernähren kann. Wenn nur die Lüge uns retten kann, so ist es aus, so sind wir verloren. Wer die Dinge gut genug kennt, dass er allen ihren wahren Wert geben kann, redet niemals zu viel. Wie angenehm und reizend ist die aus dem Bewusstsein vollkommener Eintracht entspringende Sicherheit. Wie der Götzendiener den Gegenstand seiner Verehrung mit Schätzen bereichert, die er hochhält, und auf dem Altar den Abgott schmückt, den er anbetet, so will auch der Liebhaber, wenn er seine Geliebte auch noch so vollkommen sieht, ihr dennoch unaufhörlich neuen Zierrat hinzufügen. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen!